Ist das jugendfrei? Geh zum Onkel Doktor! Eine Granate! Ah, sie tasers mich! Schau, 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 wie sie mich vergiften will! Was geht meine Buddy People und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz... Wir zocken heute Granny Simulator. Nicht das Granny Horrorspiel, sondern den Granny Simulator. Ganz wildes Game! Wenn ihr Bock habt auf Teil 2 mit Cebi, dann jetzt den Like-Button smashen! Bei 100 Like 17 Part 2! Ich wollte mich in erster Linie mal bei euch bedanken für diesen krassen Support, wirklich! Ich ziehe jetzt seit 3 Wochen YouTube komplett durch und es ist krass! Und jetzt rein da in den Bruch und viel Spaß! Also wir gehen rein in den Granny Simulator. Ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es da geht. Man kann das auch im Singleplayer zocken, steht da. Hör auf! Alter, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was muss ich denn da jetzt machen? Digga, was ist das für ein Game? Oben links steht Kill Your Grandmother! Was?! Okay. Hä, wie kann ich denn das da nehmen, da oben? Ich komme da... Alter, was habe ich denn jetzt gemacht?! Ich habe mich durch die Wand durchgepackt. Das ist ein Geheimversteck! Wo bin ich jetzt? Mein Kasten hat ein Geheimversteck?! Was?! Aber ich kann da nicht rein! Das ist schon mal gut! Ich brauche mal irgendwie irgendwas um... Ich glaube die Oma darf mich nicht erwischen. Wo ist die Oma? Ja, wahrscheinlich ist das jugendfrei! Das kann ich hier voll auf den Dülz hauen! Oma! Bin ich da jetzt in die Türe reingelaufen? Da ist die Oma! Da ist die Oma! Bam! Das ist nicht jugendfrei! Das ist nicht jugendfrei! Oh nee, die Oma kommt! Die Oma kommt! Oma! Alter, da muss was Gutes drin sein! Eine Granate! Oma, jetzt bist du fällig! Da ist die Oma! Ach du Scheiße, ihr mich selbst weg sprengt! Oma! Oma, geh weg von mir! Oma! Geh weg Oma! Achso, die muss das Haus aufräumen und die... Oma! Bist du wahnsinnig?! Oma, wo ist mein Essen?! Oma! Man, ich brauche irgendwas cooles! Warte, ich schmeiße ihr einen Stein auf den Kopf! Komm her! Jetzt bist du fällig! Wo ist sie? Nee, sie räumt schon wieder zusammen! Ich bin schon wieder gleich verloren! Ah, sie desert mich! Oma! Steh auf! Mit der Pratspfanne! Oma, komm her! Ich brate dir die Prats... Oma! Oma, sauer, Alter! Die ist aber wirklich sauer! Oma, komm her! Nee! Oh, ich hab sie aber getroffen! Digga, die kickt mich so quer durch den Raum! Das ist doch gottlos! Woo! Das schaut mir nach einem glatten Nasenbruch an! Geh zum Onkel Doktor! Oma, ich hau dich von der Stieh runter! Ja! Oma, du bist... Au! Au, 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 au! Das ist doch nicht fair! Du bist viel größer wie ich! Zack! Ich muss einmal da in mein Geheimversteck! Oma! Was macht die? Warte, ich muss aufmachen! Ich hau dir die Pratttanne auf den Kopf! Oma! Weg da von meinem Schrank! Wo ist sie jetzt? Oh, Oma! Die Oma ist im Schrank! Oma! Ja, da bist du aber! Weg vom Fenster! Oma! Die wollen mich abschießen! Ich hab dich aber! Du kommst doch nicht mehr raus! Du kommst doch nicht mehr raus! Weil du bist zu groß! Ja! Das werden aber so alle auf den Dulds geben! Warte mal, Singleplayer Second Level! Nee, was ist denn das jetzt? Das ist ja alles dunkel! Ach, nö. Kann ich da irgendwie Licht einschalten darin, oder? Ah! Oma! Oma, bist du wahnsinnig? Hallo! Du kannst mich vergiften. Alter, die erschreckt mich ja brutals mit ihrer Lampen. Wo ist sie? Oma! Ich hör dich. Ich kann deine Schritte hören. Da ist sie. Da kaufe mit den Hammer auf den Kopf, Oma! Ja, das hast du davon. Runter die Stiege! Mit dir! Warte mal, ich hol mal einen Stein aus dem Garten. Oma, ich bin doch da. Bist du auch hier? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Oma! Oma, warum gehst du denn so gebückt? Bist du die Stiege runtergefallen? Kann das sein? Tatz! Raub mit den Steinen auf deinem Kopf! Weiche von mir! Schau, 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 wie sie mich vergiften will. Oma! Wie viel Schlüssel hab ich? Ich hab sechs Schlüssel. Was haben wir da drin? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ist das ein Flammenwerfer? Scheiße, jetzt hab ich's schon geschmissen. Ich bin so ein Idiot, jetzt hab ich's schon geschmissen. Ach nee. Oh, da ist es! Das ist ein Molotow. Kann doch nicht ein Molotow auf meine Oma werfen, oder? Oma! Game over? Granny? Die hat so schnell gewonnen? Oma! Alles Gute, kommt von oben! Ich hab sie verfehlt. Nee, das kann ich... Das kann jetzt aber nicht sein. Oma! Kann das sein, dass du verwirrt bist? Hast du eine Verwirrung? Was? Das macht dir nix? Du steckst den Stein... Aaaaaah! Die treten mich aus dem Garten aus! Was hat denn die für einen Superkick? Was macht die für Übungen? Oma, mir... Oma! Schau, was ich für verreckt... Schau, wie sie... Versuch, Breakdance zu tanzen. Ich sag's euch. Das war ein glanzhafter Herzschuss. Nee, was ist das denn? Nee, das ist für die Oma. Was ist für die Oma? Ich hab mich eingesperrt. Ich hab mich eingesperrt. Ich back fest. Ich back fest. Ich back fest. Alles gut, bin wieder raus. Oma! Meine Unterhose stinkt. Dang! Das siehst du. Es kommt davon, wenn du mich nicht... Aaaaaah! Sag mal! Oje, die Oma ist sauer! Oma! Let's go! Select Level. Halloween Level. Da gibt's ein... Ach, nee. Oh, nee. Was ist das denn jetzt? Ist die Oma jetzt gruseliger? Oh, da unten ist sie. Da ist die Oma. Nee, Oma ist ganz normal. Hör auf zum Arbeiten, Oma. Oh nee, die wird ja immer schneller. Oh, die Oma kommt. Die Oma kommt. Ich hab so verschissen. Ich hab so verschissen. Mann, das ist so schlecht, das Ding. Where is she taking the cookies? I don't know, Alter. Wo ist sie denn überhaupt? Da ist eine Spinne, Alter. Oh, das würde mir aber stinken an deiner Stelle, Oma. Das würde mir stinken. Mann, die nimmt immer Pilen. Hör auf, Pilen zu schlocken! Aua! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn ihr neue Videoideen habt, schreibt die sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Liken für ein paar zwei. 100 Likes nicht vergessen. Und ansonsten, tschüss. Ciao. Und... Rajaun!